Dieses Video, das der Kanadier Sean James auf YouTube hochgeladen hat, wurde schon von mehr als 250.000 Menschen angeklickt und hat so manche Kommentare der Bewunderung ausgelöst. Auf den Zeitrafferaufnahmen dokumentiert der 47-Jährige, wie er ein Haus baut – alleine, weil draußen in der Wildnis und mit einfachsten Mitteln. Die Bauzeit ging vom 20. April bis zum 31. Dezember 2017, dann war das Haus fertig. Weniger begabte Handwerker können da nur staunen. Wenn man sich um 5. Dezember 2017, dann war das Haus hast. Alle Zutaten haben gesagt, dass er nicht so viele, die wir nicht so viele haben. Wenn man sich um 5. Dezember 2017, dann war das Haus so. Die Böden wird mit 10. Dezember 2016, dann war das Haus. Untertitelung des ZDF, 2020